Wir vier hier zusammen essen. Seit wann sagen wir schon, dass wir das immer? Lori, wie geht's dir? Wir haben uns ja schon ewig nicht mehr gesehen. Oh gut, gut, danke. Nächste Woche feiert meine Firma 20-jähriges Bestehen und das ist schon was. Lori leitet eine Abteilung, eine große PR-Firma. Das ist wirklich, das klingt viel toller, als es ist. Die Firma wird 20. Du darfst also vögeln, aber sie darf noch nicht saufen. Oder? Ja, sie hättet kapiert. Sie schneidet. Die steht auf mir no more. Also, Tammy Lynn, erzähl uns doch mal was über dich zum Beispiel. Wo kommst du her? Ja, ich find's immer faszinierend, Tads Freundinnen kennenzulernen. Was meinst du jetzt mit Freundinnen? Gab's da schon so viele, oder was? Nee, nee, so hat's das nicht gemeint. Stimmt das? So hat's das nicht gemeint, oder? Nein, nein. Ich wollte damit nur sagen, Ted ist ja so ein Süßer. Und da lerne ich immer gern die Frau kennen, der in die Falle gegangen ist. Willst du damit sagen, ich bin eine Hure? Was?